Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meines Wiebernvideos. Wir sind hier immer noch im selben Lebensraum und jetzt praktisch da oben ist zwar eine Mauer und da lebt auch eine Wieber und wann immer ich komme, flüchtet die. Okay, da ist sie. Und jetzt ist sie geflüchtet. Und jetzt ist sie geflüchtet und jetzt werde ich die Kamera einfach hier stehen lassen und dann werde ich weggehen und die Wieber wird dann zurückkommen. Vielen Dank. Willkommen zu Teil 2 meines Wiebernvideos. Wir sind hier immer... Der Vogel hat mir auf die Eier. Teil 2 meines Wiebernvideos. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin... ...vogel, dir... ... 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